Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video die Ist-Eine-Beziehung angeschaut. Wir haben gesehen, dass wir Instanzen von Objekten, die von einer anderen Klasse ableiten, über ihre Basisklassen ansprechen können, wie hier zu sehen. Und wir haben gesehen, wenn wir das machen, steht letztendlich bloß die API eines Objekts zur Verfügung, die man eben in der Basisklasse definiert hat, obwohl eigentlich ein Objekt von B dahinter steckt. Wir haben jetzt hier eben die Ist-Eine-Beziehung angewandt. Die kann man übrigens auch so anwenden, nur damit man das mal sieht. Also es heißt einfach, dass eine Referenz von B an A zugewiesen wird. Das kann auch so passieren beispielsweise. Und was hier implizit passiert, ist eine implizite Typ-Konvertierung, eben von B nach A. Und was wir uns jetzt fragen ist, kriege ich das auch hin, dass ich wieder von dieser impliziten Konvertierung zu A wieder wegkomme. Wir sehen ja, die implizite Konvertierung zur Basisklasse, die funktioniert offensichtlich, aber die Konvertierung zurück zur Subklasse natürlich nicht. Und warum ist das so? Wir erstellen uns hier jetzt nochmal eine Klasse C, die leitet ebenfalls von A ab, aber nicht von B, wie man das sieht. Und wir machen hier bloß eine ganz banale Funktion, wie bei den anderen beiden schon rein. Wir möchten hier irgendwie um 5 erhöhen und sagen, dass wir diese Funktion der Basisklasse A hier aufrufen. Und wir sehen hier eben jetzt, Klasse C leitet von A ab, Klasse B ebenfalls von A. So, und was hier der Compiler eben nicht entscheiden kann, was steckt denn jetzt hier eigentlich wirklich dahinter? Und genau deshalb, also nochmal konkreter gesagt, dieses Objekt 1 könnte ja rein theoretisch vom Typ C genauso sein, weil auch da die, Entschuldigung, Objekt 2 könnte von Typ C sein. Wir sprechen einfach irgendwas über die Basisklasse an. Letztendlich könnte hier hinter eins von A stecken, eins von B stecken oder eins von C stecken. Was natürlich nicht erlaubt ist, dass wir ein Objekt von C als Referenz von B verwenden. Also, das können wir auch nochmal kurz in den Code hinschreiben, wenn wir hier 4 haben. Das geht natürlich nicht, dass mein Code-Unterstützungstool wehrt sich sogar dagegen. Warum? Na ganz klar, C leitet nicht von B ab. Das heißt, wir können hier keine Ist-Eine-Beziehung anwenden. Was wir aber durchaus machen können, wir sagen, dass wir hier A nutzen. Gut, wir erstellen uns einfach also zwei Objekte. Und bei beiden nutzen wir jeweils die Ist-Eine-Beziehung. Und wenn wir eben von Objekt 1 wieder zu einer Referenz von B kommen wollen, dann müssen wir eben Objekt 1, ähnlich wie bei der Verengung der primitiven numerischen Datentypen, einen expliziten Cast durchführen. Das heißt, wir machen wieder diese Klammern für den Cast-Operator und geben hier an den Zieltyp, den wir haben möchten. Das heißt, wir casten jetzt die Referenz Objekt A zum Typ B. Und genau das Gleiche, also wenn ich das gemacht habe, kann ich hier eben die API von sowohl der Klasse A und wieder der Klasse B nutzen, wie wir das schon im vorletzten Video getan haben. So, jetzt ist es aber interessant, was passiert denn eigentlich, wenn ich hier versuche, Objekt 1 in C zu casten? Weil das ist ja offensichtlich nicht erlaubt. Wir haben hier was von B erstellt und C und B haben zwar eine gemeinsame Basisklasse, aber ansonsten stehen die nicht in Verbindung. Das heißt, wir können ja, wie gerade eben erklärt, nicht die Ist-Eine-Beziehung anwenden. Wir versuchen jetzt mal bis zu dieser Stelle zu kommen und jetzt versuchen wir eben mal Objekt 1 in C zu casten. Und wir erhalten eine Exception, eine sogenannte Invalid Cast Exception. Warum? Weil hinter dieser Referenz von Objekt 1 eben nicht eine Instanz von C liegt. Das heißt, wenn wir den expliziten Cast-Operator, diese Klammern, in diesem Fall eben falsch anwenden, dann bekommen wir eine Fehlermeldung und unser Programm stürzt ab, letztendlich. Und um das zu verhindern, gibt es den sogenannten Cast-Operator As. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Ich mache hier Objekt 5. Und ich möchte hier jetzt eben mal Objekt 2, das ja offensichtlich eigentlich eine Instanz von C ist, wieder in diesem Tatentyp casten. Und was man beim As-Operator eben macht, ist, man schreibt hinter einem beliebigen Ausdruck, der eine Referenz zurückgibt, einfach As und dann den Zieltyp. Und genau das Gleiche können wir auch hier machen. Ich kommentiere diese Zeile jetzt mal aus, damit wir uns eben hier los, also über diesen Fehler hinweg springen können und diesen Code hier ausführen können. Schauen wir uns das mal an. Objekt 2 wird jetzt eben hier als C interpretiert. Und wir sehen hier eben, wir haben hier in Objekt 5 wieder eine Referenz auf ein valides Objekt. Und jetzt ist die Frage, tritt beim As-Operator auch eine Fehlermeldung auf, wenn wir jetzt eben ein Objekt, das eigentlich eine Instanz von B ist, in C zu casten. Und die Antwort ist nein. Wir kriegen hier keine Fehlermeldung. Stattdessen gibt der As-Operator null zurück. Das ist teilweise sehr praktisch. Warum? Naja, mein Code geht nicht kaputt, bloß weil ich hier einen Cast durchführe, der offensichtlich nicht richtig ist. Das heißt, dieser As-Operator steckt dann eben hier bloß eine Nadelreferenz rein, wenn der Cast nicht möglich ist. Und das ist eben, wenn man keine Exception haben will beim Casten, dann eben hier vorzuziehen. Der As-Operator funktioniert auch nur auf Referenztypen. Das heißt, ich kann ihn beispielsweise nicht bei diesen primitiven Datentypen einsetzen. wo man, Entschuldigung, das schreit natürlich so. Das geht nicht, weil As eben null zurückgeben muss. Und wir haben schon gelernt, dass Wertetypen nicht null zugewiesen kann. Ganz einfach. Also hier muss man immer den expliziten Cast-Operator nutzen. Letztendlich den As-Operator nutzt man bei Klassen und bei Interfaces. Punkt. Aus. Neben dem As-Operator, dazu möchte ich vielleicht auch noch mal kurz was sagen. Wenn wir jetzt sagen, ich habe hier eben Objekt 3, wäre ja vom Typ B und ich möchte das in C mit As casten, das geht auch nicht. Also ich mache hier noch mal ein Objekt 7 kurz. Und ich möchte jetzt eben Objekt 3 als C casten. Auch hier spuckt der Compiler offensichtlich einen Fehler aus. Warum? Er kann nämlich statisch überprüfen, ob C und B innerhalb einer Vererbungslinie existieren. Das heißt, ob C von B ableitet. Tut es offensichtlich nicht. Und auch dann kann man den As-Operator nicht anwenden, ohne dass der Compiler einen Fehler wirft. Das heißt, As-Operator nur dann, wenn die entsprechende Subklasse auch in der Vererbungshierarchie steht. Also bei B leitet von A ab. Deswegen kann ich hier den As-Operator benutzen. Oder hier in diesem Fall, C leitet von A ab. C leitet aber nicht von B ab. Und deswegen geht das Ganze nicht. So, was es jetzt noch als letztes zu besprechen gibt, ist der sogenannte As-Operator. Dieser führt kein Cast aus, aber man kann eben mit ihm eine Überprüfung machen, ob ein Objekt von einem bestimmten Typ ist. Entschuldigung, würde ich natürlich so machen. Wenn wir bis zu diesen Codezeilen springen, dann sehen wir eben hier, Objekt 2, 1 wurde, wie schon erwartet, als B instanziiert. Das heißt, der As-Operator gibt hier True zurück, weil eben die Referenz hier letztendlich ein Objekt von B referenziert. Und der As-Operator gibt hier unten eben natürlich Force zurück, weil hinter Objekt 2 eine Instanz von C steckt. Diesen Is-Operator setzt man eigentlich relativ selten ein. Wenn man schon in eine Subklasse casten muss, dann nutzt man im Normalfall diesen Is-Operator nicht, sondern nur den As-Operator und überprüft dann die entstehende Referenz einfach auf Null, ob man die benutzen kann oder nicht. Also wann macht der Is-Operator letztendlich bloß Sinn? Wenn wir überprüfen wollen, ob ein Objekt von einer bestimmten Subklasse ist, aber diese API der Subklasse dann nicht weiter einsetzen wollen. Okay. Als letzter Hinweis zu diesem Video. Sie sollten so selten wie möglich in Subklassen in Ihrem eigenen Code casten müssen. Ich habe Ihnen das jetzt nur vorgestellt, damit Sie wissen, dass es prinzipiell geht. Bei manchen Konstrukten im .NET-Framework ist es notwendig, dass man das einsetzt. Ansonsten, wenn Sie Ihren Code ausschließlich selber schreiben, was ja jetzt in der Vorlesung hauptsächlich der Fall ist, sollten Sie darauf achten, dass Sie so selten wie möglich diese Cast-Operatoren, entweder diesen expliziten Cast mit den runden Klammern oder den S-Operator einsetzen. Auch Is ist im Normalfall nicht möglich. Gut. Objektorientierter, desiginter Code sorgt eben dafür, dass die Nutzer, wenn sie eine Basisklasse erwarten, auch über die Basisklasse der API all das ansprechen können, was man von Ihnen verlangt. Und Casting zu Subklassen, wenn man eine Basisklasse erwartet letztendlich, heißt irgendwie, dass die Klassenmitglieder noch nicht ordentlich in der entsprechenden Vererbungshierarchie aufgeteilt sind. Also guter, objektorientierter Code sollte niemals oder nur in sehr, sehr seltenen Ausnahmefällen überhaupt diese Casts zu Klassen oder zu Subklassen, um genau zu sein, notwendig haben. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben hier uns jetzt explizite Konvertierungen zu Subklassen angeschaut und im nächsten Video schauen wir uns die Klassenhierarchie, diesen Begriff, genauer an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank.